Knolle Glaub schon Ja oder ich könnte es mit dem Magier irgendwie da unten was reinschmeißen Das wäre noch Möglich Oh danke Ich habe jetzt nicht überlebt Hier sind gerade auch Steine runtergefallen Also kannst du froh sein, dass ich da schon gemacht habe Ja super Ich wollte doch nur meine Spielfigur wechseln So ich habe es geschafft Oh ist kaputt da unten Ja und jetzt Soll ich mal Suizid versuchen Ich versuche gerade das hoch zu kriegen geht aber nicht Oder? Es schaffe ich nicht hoch Es ist zu schwer hoch zu heben Kann man nicht Ich weiß nicht Ja hier ist Wasser Also es geht nicht Kommt man dahinter wieder hoch? Das ist die Frage Könntest du dich links oben hinter mir den Balken da dran erhangeln vielleicht Dass du hochkommst Weißt du was ich meine? Ich kann das auch hier versuchen Weiß nicht ob das geht Hm Ich bin oben Das war voll der Würfel den du gezeichnet hast Ja super Ich wollte eigentlich ein Brett machen aber ich glaube das schaffe ich auch nicht Ach nee warte wie ging das nochmal? Ja Wo ist denn jetzt der Joy? Ach da oben Äh Geht irgendwie alles gar nicht Da muss ich nochmal einstugend nühe ich ihn Nee Krieg's nicht hoch Das geht nicht wieder hoch Oder Jetzt könntest du rüberspringen ne oder? Schaffst du? Nein Ich war da oben Ah ich hab losgelassen Ich krieg das Ding nicht rüber wieder Äh was hab ich denn da jetzt gebastelt Springen da mal drauf Ist doch einfacher Nein Bisschen tiefer Ach Okay Warte jetzt gib mir den Magier Geht nicht weiter hier Nee du musst aus dem Wasser hochspringen Oder geht's da weiter? Nee Geht wohl nicht Da kommen wir wohl nicht raus Dann A zum Springen Dann nochmal die Taste zum Hangeln Ich krieg das nicht hin Oh Nein Sagst du dass du springst Ich dachte du willst erst hoch Schwere Aufgabe Ja für mich ist es eine super schwere Aufgabe Nee hat aber wieder nicht geklappt Nein jetzt werde ich nicht mehr festhalten Warte mal Das ist doch bestimmt einfacher zum draufspringen Aber wenn du drauf springst Dann lass ich es fallen Also würde ich empfehlen Dass du vielleicht Versuchst so weit wie möglich zu kommen Ja Ach man kann das drehen Was versuchst du dauernd Springen Und dann Der Ente Haken greift nur auf hölzernen Oberflächen Du musst doch zu der Seite gucken Ja das ist ja das Problem wahrscheinlich Oh das ist doch nicht wahr oder Ich krieg's nicht hin Was Irgendwann geht's wohl kaputt Nee nee das ist Okay ich sollte jetzt gleich eine große machen Mit der letzten Ganz toll Ach ich krieg ein Reha Mana Warum schwingt das jetzt nicht Ich wollte das ein bisschen zum Schwingen bringen Aber dafür bin ich wohl Aha super Warte mal Ich komm da nie wieder raus Ich merk das schon Ach Mist Nein Kannst du das Ding nicht anpacken auch Und die Brücke schwingen gerade mit So Magier Pack mal die Brücke an Schwingen sie nach rechts Ich hab schon mal was geschafft So jetzt springst du da drauf Springst wieder ab Ja Ich hab gedacht das wird nie was Ey warte mal Hier muss man gar nicht lang oder was B öffnen Hast du Amulette Opferung Amulette Opferung gefunden Manchmal muss er gar nicht lang Okay Aber wir haben die Kiste Das ist das entscheidende Amulette Und die kann man nirgendwo einsetzen Oder wie sehe ich das Das Gesundheitsgesundheitsersatz Oder hat das schon irgendwo gesessen Als das Mana verbraucht Das Gesundheitsgesundheit wird Eins zu eins in Mana umgesetzt Wo ist denn das jetzt Musst du ins Inventar gehen Ach im Inventar ist das Ja okay Ich war jetzt gerade woanders am gucken Wo ist das Da rechts Beim Amulette Opferung Nutzi Gesundheit als Ersatz Falls das Mana verbraucht Ist gesund Da wird eins zu eins Mana umgesetzt Das wäre also höchstens Was für ein Zauberer oder Ja Und wann stirbt er Das ist die Frage Denkt man wir machen jetzt Erstmal weiter Geht's nach rechts weiter Oder nicht Ne geht nicht weiter Wo müssen wir denn nach Das war alles unnötig Hätte ich auch alleine machen können Das habe ich festgestellt Okay Äh Jetzt muss ich da wieder hin Oder unten weiter Ich gucke gerade Links geht's weiter Du hast was gefunden Zwei Erfahrungsfläschchen Bis jetzt erstmal Mama hat auch einen Atem Okay Wo ist denn der Atem Wenn du da was hast Ich sehe schon Ich bin gerade mal hier links lang Da war ich schon Da warst du schon Aber da kannst du Luft holen Okay Dann hat sie Nur die ganzen Sachen von dem Zauberer Ich habe einen Checkpoint gefunden Aber ich lehne nochmal tiefer Okay Dann geht's wohl wieder runter Findest du was? Ausgang Hier unten ist auf jeden Fall noch Luft holen kann man hier Aber hier geht's auch weiter Oder den Checkpoint kann man auf jeden Fall erstmal nehmen Ja Da geht's auch nur weiter Hier geht's auch weiter? Ja Kannst du mir mal wieder nehmen Dings geben? Wie kommt denn da oben hin? Ja geht's hier nicht weiter? Doch man muss da irgendwie hoch Oh ja super So geht's nicht Habe ich gerade gemerkt Da tut man sich weh Da fällt immer was runter Wenn ich das mache Hintergrund ist ein riesiger Schatz Ja ich weiß nicht Ja ich weiß nicht Also es muss einen anderen Weg gehen Aber nicht den glaube ich Ja Oder? Es geht noch tiefer Nein da war nur Erfahrung Okay Dann sind wir hier falsch Mhm Ich verstehe aber nicht Wo es da lang gehen soll Ist vielleicht oben was aufgegangen? Das schaffe ich wieder nicht da hoch Ich guck mal ob's hier weiter geht Nee Aber du kannst dich rein theoretisch unter Wasser töten Und dann kommst du beim passenden Checkpoint da unten wieder raus Ist schon klar Nee nee Hä? Warum bin ich jetzt bei dir? Keine Ahnung Haben wir irgendwo was übersehen? Das frage ich mich nämlich auch gerade Hier geht's nicht weiter Hier geht's auch nicht wohl weiter Nee hier in dieser Höhle geht's definitiv nicht weiter Äh Hier geht's aber auch nicht weiter Hm Also irgendwie kommt's mir vor als ob's hier weiter gehen müsste Aber hier geht's irgendwie nicht Darum waren aber auch Erfahrungen irgendwie Ach warte mal Wir haben doch hier einen Zauberer Ja mach mal ein paar Würfel hin oder was Ja das wollte ich Nee das reicht aber nicht so Ich komm mich nicht hoch Doch Was geht weiter? Was geht weiter? Ja So geht's weiter Da war nur eine Erfahrung oder? Mhm Aha Da könnte Da hätte man auch sich hochhangeln können vielleicht Nee Ging glaube ich eben nicht Okay Das sieht ja schon wieder schwierig für mich aus Aua Hochspringen kann man ja nicht Dann tut man sich weh oder? Ja Ja super Du kriegst die Flasche da oben ja ne Eigentlich sollte ich das und kriegen Ach Kann man rüberspringen Ach was ist das denn? Äh Steine sind das? Ach die brauchen wir bestimmt irgendwo für noch ne? Da fällt wieder was runter Da drüben ist ne Kiste ne? Geh mal von der Dings weg Von dem Ding Ja Kann ich doch anpacken Okay da unten ist wieder Erfahrung Erfahrung aufgenommen Ich kann da hinterher schwingen Und du gehst da oben rüber oder? Ich hab einen neuen Punkt gefunden Aber ich fühle die Erfahrung und die Dings haben Warum hab ich denn jetzt nicht mein Ding in Smith mal gehabt? Komisch Kommst du an der Erfahrung dran oder nicht? Nee ich brauch wahrscheinlich eine Hilfe Okay Dass du den Zauberer mit dem Würfel machst oder so Dass ich den mal rüberspring Ich hab erstmal das Skelett kaputt gemacht So Wo ist das Kreuz da? Hm Den anderen musst du neben den anderen Stick Vielleicht noch ein bisschen drehen damit ich drauf springen kann Ja Gut Und das B oder? Verzauberter Mana Kristall Was macht der? Erhöht die Wirkung Jeder gesammelten Mana Folie Um 20% Nein das ist auch was für den Zauberer Das Grüne war das ne oder? Hm Du hast einen Skelett mit einer Euro Palette getötet Erhört den Schaden einfach schwerer oder feiner Hä? Giftflasche war das das? Nein Ach da Erhöht die Wirkung jeder gesammelten Mana Folie oder Okay und ich muss Machst du jetzt Grün drücken? Nein Shit ich bin raus Warte ich muss das Inventar noch umändern Grün muss ich drücken um das zu Dem Magier zu geben richtig? Hm Und dann rot schließen Ja und wo bist du jetzt? Weiter unten runter geschwommen? Ja Ja wunderbar Da ist ne Plattform Da ist ne kleine Kiste Da komm ich doch wieder nicht rüber Sehe ich doch schon so Oh da bin ich runter gefallen Ein Lagerfeuer unter Wasser Oder was ist das? Hm Da unten links Siehst du das unten links? Hm da ist nichts Hast du da kein Feuer oder was? Ne Ich hab da unten links ein Feuerbrennen Bug Jetzt ist aus Hm komisch Wieso bin ich grad so weit nach hinten geflogen? Ist die Schwingung so hart? So jetzt muss ich da irgendwie nur hochkommen oder was? Und das komm ich wieder mal nicht ne? Ah das ist wieder was für mich hier Warte mal Sieh ich das richtig? Ja Du siehst es richtig Da ist irgendein Pendel Welche Richtung geht das denn? Na es ist schon richtig Ich kann da jetzt wahrscheinlich drauf springen Ich kann es aber nicht steuern Ist ja auch nicht schlimm Halt es nur unten Ich komm nicht dran Ich komm nicht dran Das kann doch wieder nicht wahr sein oder? Weiter nach unten geht es nicht Ja es würde eigentlich auch reichen Wenn ich den Controller richtig steuern kann Das gibt es doch nicht Jetzt schwingt das auch noch weg Ich krieg es nicht hin So einfach ist das ne? Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein dass er da nicht hoch springt oder? Jetzt hat es geklappt Jetzt bin ich auch rüber Okay Ein Skelett Oh das war der falsch weg Okay Äh Meiner bewegt sich nicht mehr doch Nee Warum hast du jetzt den Dingens und ich mit meinen Zauberer? Ich hab doch gar nicht umgeschaltet Komisch Das da unten ist bestimmt giftig ne oder? Denke ich Und ich komm da gar nicht hoch wahrscheinlich Aber ich glaube für die Runde soll es auch wieder reichen Kann das sein? Ja Ich komm nochmal zurück Es ist giftig aber nicht so ganz gefährlich Okay alles klar Dann würde ich erstmal wieder sagen Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen Und wir würden uns freuen Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss 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 Tschüss